oh du schöne weihnachtszeit werden die temperaturen dazu einladen in der heimischen wohnung die heizung hochzudrehen drängen sich wie stets tausende menschen durch die läden meist noch bis zum letzten tag um geschenke für ihre lieben oder die verwandtschaft zu kaufen besonders kinder wollen beschenkt werden aber natürlich mit den richtigen geschenken damit das fest auch friedlich bleibt und nicht so endet auch heutzutage gibt es zahlreiche klassiker mit denen sich die chance auf glänzende augen und freudiges lachen erhöht lego zum beispiel jedoch stehen nicht nur piraten schiffe ritterburgen oder forts des wilden westen zur auswahl nein es gibt auch eine dunkle seite die tief verborgen in den weiten des internets laut doch diese dunkle seite wurde nun ins licht gezerrt um ihrem abscheulichen dasein ein ende zu machen ein mutiger mann namens manuel hegel hat sich aufgemacht die kinderzimmer der republik vor einer neuen gefahr zu beschützen stoppt nationalsozialistische spielzeug bei amazon oh nein kennt der braune sumpf denn kein erbarmen aber um was handelt es sich dabei ein actionfigur von adolf hitler nein ganz so schlimm ist es dann doch nicht denn in diesem fall ist der stein des anstoßes eine reihe von lego figuren hierzu führt der autor der auf change.org eine petition gestartet hat aus sehr geehrte damen und herren der firmen lego und amazon mit einem appell an ihre verantwortung gegenüber kindern möchte ich mich in diesem offenen brief an sie wenden und hoffe damit bei ihnen auf offene ohren zu stoßen auf der suche nach lego figuren auf amazon bin ich auf etwas gestoßen das für sie von enormer dringlichkeit ist denn dort werden von anderen herstellern figuren im lego stil angeboten die kompatibel sind zu den original lego figuren die jedoch offiziere soldaten und so weiter der waffen ss darstellen und somit den nationalsozialismus verharmlosen mein erster impuls ist zu fragen nach was genau herr hegel gesucht hat als auf amazon unterwegs war wenn ich nach lego figuren suche dann finde ich alles mögliche adaption von star wars figuren fußballspielern marvel und dc charakteren selbst einsatzgruppen der polizei oder eine figur die steve jobs verkörpern soll auf den ersten 25 seiten der ergebnis übersicht die in diesem fall 308 seiten umfasst sind keine figuren zu sehen die uniform der waffen ss tragen herr hegel muss also sehr viel spezifischer gesucht haben als ich leider verrät er uns nicht genau wie er auf die figuren aufmerksam geworden ist aber immerhin hat er den lesern der petition ein link für ein beispiel bereitgestellt wer macht soldat heinz mg schütze nun gut die wehrmacht ist nicht die waffen ss und auch eigenständige suchen bringen nicht die ergebnisse zu tage die herr hegel zu beginn seiner petition als beispiele aufgeführt hat ob sich diese figuren also wirklich auf amazon befinden und so gekauft werden können lässt sich derzeit nicht ohne weiteres nachvollziehen um vorzufahren nehme ich aber erst einmal an herr hegel spricht die wahrheit und hat sich nicht anderweitig bilder aus dem internet zusammengeklaubt um seine botschaft zu untermauern entsprechend fahre ich mit dem inhalt seiner petition fort wie man unschwer erkennen kann sehen diese figuren den original lego figuren zum täuschen ähnlich zeigen aber nationalsozialistische symbole wie den reichsadler das eiserne kreuz und die totenköpfe auf dem kragen zusätzlich verwenden die hersteller dieser figuren oft den namen lego in ihrer produktbeschreibung beziehungsweise beanspruchen originalteile zu verwenden diese figuren stellen eines der unmenschlichsten regime der weltgeschichte dar und durch das spielen mit solchen akzeptieren kinder diese uniformen waffen und so weiter als normal was eine nicht zu akzeptierende beeinflussung der kinder darstellt darüber hinaus stellen solche figuren eine große gefahr für den ruf der firmen lego und amazon dar und an dieser stelle beginnt die hysterie aus der heraus ich auch den titel dieses videos wählte der reichsadler das eiserne kreuz und totenköpfe auf dem kragen sollen symbole des nationalsozialismus sein mal sehen was uns diesbezüglich das geballte wissen des internets zu offenbaren hat so gibt wikipedia hinsichtlich des reichsadlers das folgende zur kenntnis reichsadler nimmt man den adler derjenigen staatsgebilde die sich durch das adler symbol auf eine reichsidee beziehen und mittelbar oder unmittelbar an die tradition des römischen reiches anknüpfen oder diesen anspruch verfolgen das ganze mittelalter über insbesondere im heiligen römischen reich bis in das 20 jahrhundert war der adler das sinnbild für die aus römischer tradition übernommene kaiserliche amts- und befehlsgewalt die weyramarer republik genauso wie die erste republik österreich führten den reichsadler als republikanisches hoheitszeichen fort in österreich seit 1920 als bundesadler nach dem zweiten weltkrieg in der bundesrepublik deutschland ebenfalls als bundesadler moment 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 den reichsadler gab es schon vor der macht ergreifung adolf hitlers im januar 1933 und selbst die bundesrepublik deutschland nutzt das symbol weiterhin verdammt scheinbar sind wir immer noch von nazis regiert und wie steht es um das eiserne kreuz wieder kann wikipedia ein paar informationen benennen das eiserne kreuz ek war eine ursprünglich preußische später deutsche kriegsauszeichnung die vom preußischen könig friedrich wilhelm dem dritten am 10 märz 1813 in preslau für den verlauf der befreiungskriege in drei klassen gestiftet wurde das erste eiserne kreuz verlieh friedrich wilhelm der dritte persönlich seiner verstorbenen gemahlin luise posthum die stiftung des eiserne kreuzes wiederholte könig wilhelm der erste von preußen mit ausbruch des deutsch französischen krieges am 19 juli 1870 kaiser wilhelm der zweite erneuerte in seiner eigenschaft als preußischer könig am 8 august 1914 wiederum die stiftung und machte das eiserne kreuz durch seine breit angelegte verleihungspraxis zu einem quasi deutschen orden mit der vierten stiftung zu beginn des zweiten weltkrieges durch das nationalsozialistische staatsoberhaupt adolf hitler wurde das eiserne kreuz am 1 september 1939 offiziell zu einer deutschen auszeichnung die zunächst in vier klassen verliehen werden sollte 813 also ich bin mir sicher dass die meisten mitglieder oder sympathisanten der späteren nsdrp dann noch quark im schaufenster waren aber das symbol wird doch bestimmt nicht weiterverwendet oder auch hierzu gibt es eine antwort als kriegsauszeichnung oder verdienstorden wird das eiserne kreuz seit 1945 nicht mehr verliehen aufgrund seiner identitätsstiftenden tradition bestimmte am 1 oktober 1956 bundespräsident theodor heuss das eiserne kreuz zum erkennungszeichen für die luftfahrzeuge und kampffahrzeuge der bundeswehr so stellt es in allen drei teilstreitkräften das hoheitszeichen dar zum beispiel an gepanzerten fahrzeugen und an luftfahrzeugen die truppenfahnen der bundeswehr tragen an ihrer spitze ein durch goldenes eichenlaub umfasstes eisernes kreuz auch das ehrenzeichen der bundeswehr ehrenmedaille ehrenkreuz in bronze silber oder gold trägt das eiserne kreuz als symbol für freiheitsliebe ritterlichkeit und tapferkeit auf der vorderseite ebenso wird es auf briefen visitenkarten und im rahmen der öffentlichkeitsarbeit als dachmarke der bundeswehr verwendet das eiserne kreuz als symbol findet sich noch heute in verschiedenen verbandsabzeichen der bundeswehr offenbar ist der reichsadler nicht das einzige symbol das sich immer noch im gebrauch befindet wir sind scheinbar umzingelt von nazis kein wunder also dass es entsprechendes lego spielzeug gibt was genau hat es denn mit den totenköpfen auf sich die sind doch bestimmt eine ganz eigene erfindung der nazis oder die im mai 1923 von adolf hitler gebildete stabswache war mit den schwarzen skimützen der ehemaligen österreichischen gebirgsjäger ausgestattet die den sogenannten preußischen totenkopf totenschädel ohne unterkiefer über gekreuzten knochen des ehemaligen freikorps regiments brigade eha trugen dieses totenkopf muster war traditionell von den totenkopf husaren und während des ersten weltkriegs ebenfalls von den nebelwerfer kompanien den angehörigen der stoßtrupps der flammenwerfer kompanien und der neuen panzerwaffe die aus berittenen einheiten hervor ging als sinnbild der zugehörigkeit zu einer elitetruppe der deutschen armee verwendet worden ach wie schade auch dieses symbol ist er von den nationalsozialisten pervertiert worden anstatt dass es selbst ersonnen worden ist zumal auch nicht alle abteilungen und gruppen der schutzstaffel diese totenköpfe am kragen trugen sondern eine bestimmte die ss totenkopf verbände abkürzung ss tv waren ein teil der schutzstaffel der nsdap ss sie entstanden vor allem aus dem 1934 gebildeten sonderkommando 1 der damaligen ss brigade süd die damals von theodor eicke befehligt wurde ihre hauptaufgabe lag in der überwachung und verwaltung der von der ss errichteten konzentrationslager die ss totenkopf verbände wurden damit in der zeit des nationalsozialismus eine der zentralen staatlichen exekutiv institutionen zur unterdrückung andersdenkender oder aus ideologischen gründen der nsdap unerwünschter personen seit herbst 1936 war der totenkopf am rechten kragenspiegel ihr erkennungsmerkmal umgangssprachlich wurden die totenkopf verbände auch deswegen als totenkopf ss bezeichnet an dieser stelle hat herr hegel also zumindest einen halben punkt für die akkurate wiedergabe der fakten verdient zumal es sich bei den totenkopf verbänden tatsächlich um mitglieder der ss handelte die kriegsverbrechen und verbrechen gegen die menschlichkeit begannen haben um nach diesem exkurs auf die petition zurückzukommen zitiere ich abermals den zweiten abschnitt diese figuren stellen eines der unmenschlichsten regime der weltgeschichte da und durch das spielen mit solchen akzeptieren kinder diese uniformen waffen und so weiter als normal was eine nicht zu akzeptierende beeinflussen der kinder gar stellt ah ja die kinder also aber einmal im ernst was genau stellt sich der autor vor was geschieht wenn ein kind wirklich eine solche figur als geschenk erhalten sollte wandelt sich klein anton über nacht zum überzeugten nationalsozialisten schmiert sich mit nutella ein hitlerbärtchen unter die nase und marschiert mit stechschritt durch sein kinderzimmer oder das wohnzimmer und sinniert währenddessen darüber wie man die guten vergasen kann herr hegel ist sich scheinbar des konzeptes von kontext nicht bewusst selbst eine lego figur in ss uniform mit totenkopf am kragen hat erst einmal keinen einfluss auf das kind und solange keine ausgabe von mein kampf oder irgendwelche flyer der npd der figur beiliegen besteht auch kein risiko dass das beschenkte kind beginnt zu denken dass die nazis doch gar nicht so schlimm waren denn wenn ein kind bereits in dem alter ist das ist vom dritten reich und dem damaligen regime vernommen hat wird es wahrscheinlich auch davon gehört haben dass das nicht ganz so duftig gestalten war auch sollte die frage gestellt werden wie wahrscheinlich es ist dass diese figuren flächendeckend in kinderzimmern landen vermutet er hegel dass großmütter und väter bei ihrem versuch auf amazon noch ein last minute geschenk für den enkel zu ergattern über diese figuren stolpern und sich sagen das erinnert mich an meine jugend das muss ich mit meinen enkelkindern teilen und wenn eltern ihre kinder mit diesem spielzeug beschenken dann liegt die vermutung nahe dass diese eltern auch anderweitig ihre kinder ideologisch beeinflussen und dann wiederum ist es völlig unerheblich ob derartige miniaturen auf amazon angeboten werden oder an ob china ein sack reißum fällt darüber hinaus frage ich mich was herr hegel damit meint wenn er anmerkt dass eine zitat nicht zu akzeptieren der beeinflussung der kinder darstellt wenn sie die uniformen und waffen als normal akzeptieren ja soldaten in uniform mit halt automatischen waffen sind heutzutage durchaus normal zumindest normaler als lichtschwerter hellebaten oder siebel die figuren in anderen lego verpackungen mit sich führen müsste man also im gleichen maße da darum fürchten dass kinder wenn sie das große western vor in händen halten danach streben züge und pferdekutschen zu überfallen weil sie revolver als normal akzeptieren oder zum raubritter werden wollen die unschuldige beiden aus bewachten schlössern entführen ja kinder sind beeinflussbar aber kinder sind durchaus schon in der lage wahrzunehmen was realistisch ist und was nicht zumindest in dem alter in dem lego normalerweise verschenkt wird ich frage mich ob herr hegel auch davon ausgeht dass das risiko besteht jemand würde gefallen an der nazi ideologie finden wenn er ein buch zum thema liest eine dokumentation oder einen film anschaut ich habe zumindest nicht wahrgenommen dass die performance von bruno ganz in der untergang eine neue generation an überzeugten nationalsozialisten herangezüchtet hat die petition schließt mit dem folgenden absatz aus diesem grund bitte ich sie inständig gegen die hersteller solcher figuren wenn möglich auch rechtlich vorzugehen und auch amazon auf diesen fall aufmerksam zu machen denn jedem anständigen bürger kann es nur eine grauenhafte vorstellung sein dass solche figuren bald unter dem weihnachtsbaum liegen könnten und so in die hände von hindern geraten könnten und an dieser stelle beginnt es ärgerlich zu werden herr hegel impliziert dass jeder den das ganze thema nicht anficht nicht als anständiger bürger durchgeht womit der moralischen druck ausübt eine ziemlich durchsichtige und zumindest fragwürdige taktik ich halte dem entgegen wer sich durch dieses thema moralisch investiert sieht und sich an dieser petition beteiligt vergeht sich in hysterie und aktionismus selbst in diesen tagen in denen eigentlich eine besinnliche weihnachtsstimmung vorhalten sollte gibt es wahrlich andere themen mit denen man sich befassen kann einzelne lego figuren die von privatpersonen erstellt und auf einer international geführten plattform zum verkauf angeboten werden gehören nicht dazu die von den hegel als beispiel genannte figur ist noch nicht einmal verfügbar zum aktuellen zeitpunkt also wen interessiert die vermutung von den hegel dass diese figuren unter dem weihnachtsbaum liegen werden ist realitätsfern ist chaos herold also ein nazi verharmloser dem es egal ist dass derartige miniaturen auf dem freien markt erhältlich sind mir ist es egal weil davon keine gefahr ausgeht selbst wenn diese figuren vereinzelt in kinderhände geraten würden dann stellt dies allein keinen tiefgreifenden gesellschaftlichen einfluss dar außerdem bin ich es wirklich leid dass für derlei erste weltprobleme rechtliche und staatliche stellen bemüht werden sollen diese haben wichtigere dinge zu erledigen als sich um plastikfiguren zu kümmern die leicht erregbare gemüter in aufruhr versetzen und diese wiederum das vermeintliche kinderwohl als schutzschild für ihre moralische überlegenheit heranziehen das dritte reich existiert seit nunmehr über 72 jahre nicht mehr 72 in keinem land auf der welt sind nationalsozialisten an der macht und damit meine ich diejenigen die diese ideologie im herkömmlichen sinne vertreten und nicht diejenigen die von anderen als nazis denunziert werden auch in deutschland stellen anhänger diese ideologie keine flächendeckende gefahr dar und dieser umstand wird sich auch dadurch nicht ändern nur weil vereinzelte lego figuren durch die weltgeschichte irren es sollte vielmehr ein anliegen sein die historie richtig einzuordnen das bedeutet auch die dimensionen und nuancen zu betrachten nicht jeder soldat der in der wehrmacht diente war ein ideologisch wahrzunehmender nationalsozialist denn das regime war nicht so freundlich nur ihre brüder im geiste für den krieg zu mobilisieren sondern jeden mann der tauglich war natürlich war die wehrmacht keine armee wie jede andere die vor oder nach ihr erschaffen wurde die waffen ss sowieso nicht darzustellen dass jedoch alle soldaten anhänger des gedankenguts und des regimes waren ist aber genauso falsch dass die deutsche geschichte weg ignoriert noch in vergessenheit geraten darf steht außer frage in hysterie zu verfallen wenn man den wehrmacht soldaten heinz auf amazon entdeckt hat damit aber nichts zu tun dämonisierung ist kein hilfreiches werkzeug um aufklärung zu leisten und gefährlichen ideologien her zu werden und solange hegel nicht auch gegen lego figuren vorgeht die im stile von der roten armee dem wird kong oder isis gestaltet sind fällt es mir wirklich schwer anzunehmen dass es ihm ausschließlich darum geht kinder vor gefährlichen ideologien zu schützen